Die Berliner Feuerwehr hat ihre Löscharbeiten bei dem Brand im Grünerwald am Montag fortgesetzt und will im Tagesverlauf versuchen, näher an den dortigen Sprengplatz heranzukommen. Ziel sei es, den Gefahrenbereich zu verkleinern, sagte ein Feuerwehrsprecher in der Früh. Die Lage im Einsatzgebiet sei stabil, aber noch nicht unter Kontrolle. Bei einer Einsatzbesprechung wollten die Einsatzkräfte die Lage neu bewerten. Dabei sollte unter anderem besprochen werden, ob die seit Donnerstag gesperrte Autobahn 115, genannt AWUS, wieder freigegeben werden kann oder nicht. Auf der parallel zur Autobahn, aber in etwas größerem Abstand zum Waldbrand verlaufenden Bahnstrecke rollen seit Samstag wieder Züge. Der Brand im Grünerwald war in der Nacht auf Donnerstag ausgebrochen. Auf dem Gelände des Sprengplatzes, auf dem tonnenweise alte Granaten, Munition und beschlagnahmte Feuerwerkskörper in Gebäuden lagern, hatte es Feuer und Explosionen gegeben. Den Sprengplatz zur Vernichtung von Waffen und Explosionsstoffe gibt es seit 1950. Im Wald brennt es laut Feuerwehr weiter, es gäbe noch mehrere Glutnester. Über Nacht beobachteten die Einsatzkräfte die Lage im Dunkeln, fanden aber keine Löscharbeiten statt. Auf dem Sprengplatz, selbst wo der Brand ausgebrochen sein soll, lodern hingegen keine Flammen mehr. Der Boden ist allerdings noch sehr heiß. Angesichts der Ereignisse wird darüber diskutiert, ob sich der seit 1950 bestehende Sprengplatz an der richtigen Stelle befindet. Kurzfristig werde Brandenburg bei der Beseitigung von Kampfmitteln aushelfen, sagte Berlins Innensenatorin Iris Spranger am Sonntagabend in der RBB-Abendschau. Zur Diskussion über eine langfristige Zusammenarbeit beider Länder bei der Beseitigung von Kampfmitteln, sagte Spranger, nach dem aktuellen Einsatz werde man zunächst die Ursache klären. Ich möchte mit keiner 250-Kilo-Bombe über eineinhalb Stunden über irgendeine Autobahn fahren, fügte sie hinzu. Vor 70 Jahren habe man sich etwas bei der Auswahl des Standortes für den Sprengplatz gedacht. Da dieser nicht nahe Wohngebieten liege, könne die Sicherheit der Berlinerinnen und Berliner sowie der Sicherheitskräfte gewährleistet werden.